So, hier haben wir die Nightcore HC-65 Stehenlampen, die US-Räume, drei verschiedene Licht- oder Bereuchtungsmöglichkeiten, drei verschiedene LDS, das gewöhnliche Licht hier mit dem Spot, er separat noch ein sehr breites Fluid-Licht, also eine CRI-Lampe, eher neutral weiss, hat Licht hier noch so ein warm weiss und ein rotes Licht. Lieferumfang beinhaltet die Lampe selber mit einem Akku, es ist ein Ladebord vorhanden und auch das USB-Ladekabel, Kopfbank, Bedienungsanleitung, ein Satz-O-Ring, so sieht das Ganze aus. Hier haben wir das breite Fluid-Licht, mit dem neutral und auch so ein bisschen warm weissem Ton. Gut, das ist separat. Das ist oben vorhanden, Beacon, SOS und auch das Rot-Licht. Angenehme, breite Abstrahlung, ohne Spot hier im roten Lichtmodus. Und dann auch hier das gewöhnliche weisse Licht, mit einem relativ starken Spot in der Mitte. Das ist die Nightcore HC65, das Modell wird auch im Shop ersichtlich sein. unter www.muellerautor.ch, kann jedoch bereits bestellt werden. Gern könnt ihr eine E-Mail schicken oder anrufen für eine Bestellung von dieser Lampe. Und in kurzer Zeit natürlich direkt auch die Bestellung im Shop beitragen. Jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare oder auch direkt auf eure Bestellung. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. building- Vielen Dank.